Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne. Herzlich Willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxes. Wir machen mal die Packs auf. Ich habe schon die Kohle abgeholt. Also ich habe jetzt die Weekend League Belohnung schon abgeholt, um die 35.000 Coins zu bekommen. Weil die habe ich gebraucht, um Spieler zu kaufen. Und die Packs habe ich natürlich wie immer nicht geöffnet. Die machen wir jetzt auf. Da haben wir wie immer die zwei kleineren und den einen großen. Und ich hoffe mal, dass wir das ein oder andere draus ziehen werden. Nichts Besonderes, wie es aussieht. Gommes? Ja, Gommes. Ich wusste, dass es Gommes ist. Gommes ist nichts weiter wert, aber immerhin 82er. Wow. Der wird halt einfach mal nichts wert sein. Gar nichts. Den habe ich wahrscheinlich sogar noch am Verein. 1,3. 1,2. Vielleicht bekommen wir ihn sogar für 1,1 los. Ja, ich stelle ihn mal für 1,1 rein. Das sah doch ganz gut aus. Finde ich so ein bisschen merkwürdig. Vielleicht wird er auch gerade für irgendeine... Ah, verdammt. Für irgendeine Squad Building Challenge gebraucht. Anders könnte ich mir zumindest nicht erklären, warum er 1.100 wert sein soll. Oh, wir haben sogar dieses Mal drei seltene Goldspieler. Das sind zwar keine wirklich geilen, aber... Gabriel. 1,4. 1,4. Was? Habe ich da gerade 1.000 gesehen? Ja, verdammt. Ah, ich stelle ihn trotzdem mal für 1.000 rein. Vielleicht kriegen wir ihn los. Und der letzte ist ein 79er Stürmer. Atletico, Korea. Ach, das wollte ich noch 1 tiefer. Hat nicht geklappt. Okay, dann mache ich das dann abseits. Ja, die anderen haben jetzt eigentlich... Boah, ich weiß nicht. Ist gerade irgendwas los? Englische Premier League, dass da solche Spieler gerade gebraucht werden. 1.000. 1.000. Ich wusste es doch, dass die gerade in einer Squad Building Challenge gebraucht werden. Dann stelle ich ihn mal für 1.900 rein. So, vielleicht ist es bei den Spanien auch so. Also Spanische Liga. 1.800. Boah, bin ich gut. Bin ich gut, ich wusste es. Das heißt, den können wir für 1.6 reinstellen. Dann müsst ihr losgehen. Bei Schachtor und bei Russland bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die nichts wert sind. Ich glaube, hier gucke ich nochmal nach. Da war irgendwas, aber ich glaube, nicht zur Zeit, oder? 750. 500, nee. Ach, wenn wir einmal dabei sind jetzt... Boah, jetzt habe ich mich verklickt. Bedankt. Ich wollte gerade sagen, wenn wir einmal dabei sind, machen wir jetzt die restlichen auch noch, weil die 2 Silberspiele gucke ich ja auch nach. 450. 550. 500. 500. 500. 800. Ah, vielleicht bekommen wir den für 700 los. 750. Stellen wir ihn mal für 700 rein. Gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Hallo. So. Und die beiden Silberspieler. Einen Leverkusener. Wer ist denn das? Poyan... Poyan Palo. Der sagt mir was. Also den habe ich schon mal irgendwie gehört, beziehungsweise habe ich den schon mal irgendwie für Leverkusen spielen sehen. Aber ich glaube, der ist immer nur als Einwechselspieler, wenn überhaupt als Einwechselspieler ein paar Minuten auf dem Feld. 900. Was? Ist das so viel wert? Was ist denn da los? Okay, ich stehe mir unseren für 800 und 850 rein. Wer spielt denn mit dem? Ich meine, der gibt es auch gar nicht bessere Silberstürmer in der Bundesliga. Er hat ja nichts besonderes. Weder super schnell noch irgendwelches Dribbling oder so. Gibt es keinen Wert, der wirklich herausragend ist. Für den Silberspieler. 350. Der ist nichts wert. Jetzt das nächste kleine Pack. Komm, bitte Baby. Ich brauche nicht mal eine Inform. Come on. Wobei ich mich glaube ich bisher nicht beschweren kann. Wir hatten zwei oder drei Informs und einen. Ich glaube zwei Informs waren es. Und ein Team oder Man of the Match. Aber halt ein Man of the Match der nichts wert war. Also ganz, ganz wenig nur. So, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Geile Karte. Ich meine, es gibt ja auch gute Nicht-Inform-Karten, die viel wert sind. Schon mal keine Inform. Es sollte auch nichts weiter wert sein. Was haben wir dahinter? Ach, zwei Silberspieler. Wobei zwei seltene Silberspieler. Die können manchmal mehr wert sein als so ein normaler. Oder als seltene Goldspieler. Von daher eigentlich nicht so schlecht. Oder schlimm. Erstmal gucken. Oh, drei, fünf. Zwei, tausend, eins, acht. Oh, ich dachte schon, das ist ein bisschen was wert. Eins, fünf. Ich stell ihn mal für eins, drei rein. Aber ich meine, eins, drei ist besser als nichts. Ich meine, jeden Spiele, den ich direkt verkaufen kann, ist er zumindest ein bisschen was wert. So, ja, dann ist er auf jeden Fall nichts wert. Den gucken wir mal nach. Tausend, achthundert. Sechhundert. Oh, ich stell ihn mal für 600 rein. Okay, Italien. Haben die gerade irgendeine Squad-Billing-Challenge? Oh, jetzt habe ich senden gedrückt. Fuck! Aber irgendwie reagieren auch heute die Tasten nicht so geil im Menü. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich drück's halt zweimal drauf und es kommt halt nur ein, ein Befehl kommt dann nur an. Eins, zwei. Warum ist denn der so viel wert? Was spielt denn der? Liga Ben Kammer MX, hä? Tausend, what? Okay, ich stell ihn mal für 900 rein. Was ist da denn los? Der hat auf jeden Fall letztes Jahr noch in irgendeiner, also in letzte Saison in irgendeiner europäischen Liga gespielt, aber ich weiß nicht mehr in welcher. 900, 750, 700. Oh, 13, 12, 11. Ah, tausend bekommen wir für den. Es lohnt sich gerade echt, die nachzuschauen. Die scheinen alle irgendwie gebraucht zu werden. Oder fast alle. Also ich habe gerade, ich habe gerade gute nicht seltene Spieler drin, die irgendwie gebraucht werden. Für Squad-Billing-Challenges oder sowas. Anders kann ich mich nicht erklären. Hier zum Beispiel. 4, 2, 5. Also den können wir wahrscheinlich sogar für... Ich stell ihn mal für 2, 3 rein, dann bekommen wir ihn auf jeden Fall los. Sehr geil für den nicht seltenen Goldspieler. 75er nicht seltener Goldspieler. Muss man auch bedenken. Ja, guck jetzt die anderen auch noch nach, verdammt. Sind wir ja gleich durch. Ja, Stein. Ja, Stein. 850. 500. Okay, ich wollte schon sagen. Und der jetzt auch noch wieder deine 600 mindestens wert gewesen wäre, hätte ich aber echt an mir gezweifelt. Aber so war es nicht. Preisvergleich. 700. 600. Ah, okay. 600 ist das preiswerteste. Also stell ihn auch für 6 und rein. Also ich will halt immer mindestens 600 haben für nicht seltene Goldspieler. Sonst sehe ich hier lieber auch. Alles im Obi. Sorry, muss es sein. Der könnte vielleicht ein bisschen was wert sein, wenn er ein Gefragter ist. Eieieiei. Ich habe die ersten zwei gedacht. Oh, 2, 8. Okay, das ist immer noch ein bisschen. 2, 8 ist immer noch ein bisschen was wert. 2, 8 stellen wir unser für 2, 5 rein. Damit wäre er natürlich absolut zufrieden für einen seltenen Silberspieler. Und auch der Endverteidiger sieht gut aus. 71 Tempo, 70 Tiefe. Mal gucken. Könnte auch ein bisschen was wert sein. 9, 7, 10. Eieieieieieiei. Das habe ich gemeint. Let it rain. Ich mache mal meinen für einen 9, 4 rein. In der Hoffnung, dass der dann auch für den Preis weggeht. Das wäre natürlich geil. Passt auf, ob er zu Insta verkauft. Und Hererien. 600, 550. Der kommt in den Wein. So, jetzt gehen wir... Ach, den haben wir schon. Stimmt, ich schrotte. Ähm, dann geht das natürlich nicht. Ja, ich wollte eigentlich wieder auf Transfermarkt und sowas. Aber ich habe mich wieder... Ich habe wieder nicht weit genug runtergeklickt. Egal. So, jetzt komm schon, Baby. Wenn wir irgendwie eine seltene Karte haben, komm schon. Bitte irgendwas in Form. Oder Man of the Match. Oder... Von mir aus auch einfach eine Nicht-Infung, die mega viel wert ist. Komm, gib mir das. Gib mir das. Bitte. Komm. Ich habe noch nie ein Walkout in FIFA 17. Keine Inform. Kein Walkout. Brasilianischer Stürmer Liverpool. Ach, der ist nichts weiter wert. Für Minio ist leider nichts weiter wert. 3, 1, 1, 7, 1, 6. 1, 6. 1, 6. 1, 5. Ach, stellen wir mal für 1, 3 rein. Schade. Wähler. Ja. Hm. Ich glaube, der ist auch nicht viel wert. 3, 5. Ach so. Squad-Building-Challenge. Vielleicht. 1, 8. 1, 4. 1, 2. Ja, geil. Werden wir den mal für 1,000 rein. Vermahlen. Vermählen. Komm, wir vermehlen uns. Hihihi. 3, 4. 3. 2, 5. 2, 5. 2, 5 war das billigste. Also nehmen wir 2, 3. Ich mache immer gerne 200 billiger, wenn die ein bisschen mehr wert sind. Einfach, weil dann die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass die sofort gekauft werden. Und dich irgendjemand noch billiger rein stellt. Ich zeige euch dann, nachdem wir hier die Packs quasi aufgemacht haben und die Spieler verteilt haben. Ich zeige euch dann auch ein paar neue Spieler, die ich mir gekauft habe für unser Team. Was? 800? Okay. Ah, Moment, Moment, Moment. Der war aber an der Stundenmarke dran. Das heißt, da war jemand vielleicht zu billig. 1, 9. 800. 1, 9. 1, 9. 800. Ne, es gibt 2 mit 800. Ich stehe mal meinen für 1,000 rein. Vielleicht werden die 2 ja verkauft für 800 und dann geht meiner für 1,000 auch weg. Ja, es gibt ein paar neue Spieler, einige neue Spieler. Mehr neue Spieler als eigentlich geplant. Weil einer der, also eigentlich der teuerste Kauf von denen, die ich gekauft habe, war ein totaler Spontankauf. Weil ich dachte, boah, für den Preis, da musst du ihn nehmen. Also er war ein Schnapper, aber trotzdem teuer. Eigentlich wollte ich den nicht unbedingt jetzt testen, aber ja, wir werden es machen. Wir werden ihn testen. Ich weiß zwar nicht, mit was für einem Team wir jetzt spielen, also Bundesliga oder Premier League, aber ist egal, weil in beiden Teams haben wir neue Spieler. Oder habe ich neue Spieler, die ich euch zeigen werde. Maxim, der ist nichts wert. Ich meine, goldener, seltener goldener Spieler aus der 2. Bundesliga. Wer spielt das? Wer spielt das? Niemand. Vargas. Gut, das sind ja noch zwei Spieler, dann können wir auch Sandro nachschauen, schöner Board. 1,8, 1,2, 700, 600, 500, 50, schade. Sabali. 1,2, 600, 650, aber wir kommen vielleicht bis 600 los. Gut, den Rest nehmen wir gerne mit. Schön ein paar Verträge wieder. Sehr geil. Fitness, okay, das können wir immer gebrauchen. Zwei Team-Fitnesskarten. Mal gucken, was die zurzeit wert sind. 1,4, 1,000, okay, die sind nicht so viel wert. Es gibt doch nochmal Zeitpunkte, da sind die halt 1,4 oder sowas wert. Ich glaube, ich werde ihn jetzt nicht verkaufen. Vielleicht brauche ich die auch irgendwann nochmal. Es sind halt nur zwei Stück. Oder, 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 kann mich gerade nicht entscheiden. Wer weiß, ob überhaupt nochmal. Ja, ich kann die auch später mal verkaufen. Sollte ich sie unbedingt dann nicht mehr. Vielleicht kommt ja auch die nächste Weekend League, wo wir sie brauchen. Von daher egal. So LS zu LF können wir vielleicht sogar gebrauchen. Genau wie RS zu RF. Das brauchen wir auf jeden Fall immer nicht. Ja. Die sind eigentlich immer nur 200 wert. Manchmal bekommt man sie los, deswegen stelle ich sie rein. Und hier kann man nicht wieder eine blöde RV zu RAV oder RAV zu RAV Karte, die überhaupt niemand braucht. Wo wir einige Sachen doppelt. Erstmal alles an den Verein senden und die Sachen, die wir doppelt haben. Puh. Ob wir die los bekommen, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber ich probiere es mal aus. Es sind immer noch mehr Coins, als wenn wir sie jetzt einfach so drauf stellen würden. Deswegen... Äh Quatsch. Wenn wir sie einfach so verkaufen würden, dann würden wir halt gar nichts bekommen. hier 32 Coins bekommen. Deswegen mache ich es lieber so, dass ich sie für 200 drauf setze. Vielleicht haben wir ja Glück. Früher gab es auch mal, ich weiß gar nicht, ob das ein FIFA 15 war oder ein FIFA 16. Ich glaube sogar war ein FIFA 15. Da gab es einen Bug, da konnte man Items für 150 sofortkauf einstellen. Eigentlich geht das ja nicht. Weil eigentlich der Startpreis 150 ist und dann sofortkaufpreis der kleinste 200. Aber es gab mal einen Bug, ich glaube es war ein FIFA 15. Da gab es einen Bug, da konnte man... Ich glaube aber nur über die Web App. Also da musste man es über die Web App reinstellen. Ich weiß nicht wie das ging, ich habe es nie gemacht. Aber da gab es online dann Objekte zu kaufen für 150 sofortkauf. Und es war glaube ich irgendwie möglich über einen Bug von der Weekend League. Über einen Bug von der Web App. Aber wie gesagt, wie genau, keine Ahnung. So jetzt schauen wir mal, ob wir das hier spielen können. 7 Sterne Bewertung, maximal 3,5. Okay, das kann man nicht spielen. Da spielen wir normale Liga, das ist mir auch egal. Kriegen wir eh mehr Kohle. Wie sieht es hier aus? Nach unten geschlagen! So, was haben wir denn da Neues? Also, erstmal Second Info Modest. Er ist endlich da. Schönes Bild. Er hat mir ja eigentlich als... Ach verdammt! Second Info Modest ist der einzige Spieler, wo ich vergessen habe nochmal nachzuschauen, mit was für ein Champions League 3 ich den Spiel will. Da habe ich noch kein Champions League 3 draufgepackt. Und jetzt aus dem Kopf bin ich mir nicht 100% sicher, was ich nehmen wollte. Ich glaube, Hawk. Also, entweder Hawk oder Marksman. Entweder wollte ich Tempo Schuss Physis oder Dribbling Schuss Physis boosten. Wisst ihr was? Ich glaube ich spielen jetzt in der Aufnahme mit Basic Champions Freestyle. Weil ich will auf jeden Fall nochmal nachschauen. Und jetzt aber die Aufnahme die unterbrechen oder beenden. Deswegen spielen wir ihn einfach mal mit Basic. Aber genau, Second Info. Ich hoffe ja ehrlich gesagt so ein ganz klein wenig, dass er wie Second Info von Benteke einfach durch seine unglaubliche Körperstärke, er ist ja auch recht groß mit 1,87, seiner Sprungkraft, dass er da halt auch diese Kopfballgefahr ausstrahlen kann. Und ja, mit dem Fuß soll er ja auch gut sein. 89 Schuss. Also, ich bin gespannt. Es könnte aber auch sein, dass ich ihn mit Maestro spielen wollte. Fällt mir gerade ein, weil ich vielleicht seinen Pass verbessern wollte. Das kann auch sein. Fällt mir gerade so spontan ein. Es könnte sogar sein, dass ich ihn mit Maestro spielen wollte. Ihr seht, ich muss noch mal nachschauen. Ich muss noch mal nachschauen. Es geht nicht einfach so. Deswegen spielen wir ihn erstmal ohne. Dann, wen haben wir denn hier als Sechser? Ja, 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 ja. Da haben wir Goretzka, der auch endlich eine Inform bekommen hat. In dem Fall eine Man of the Match Karte. Da freue ich mich natürlich sehr. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, ob er sich an Second Inform Bentalab vorbeisetzen kann. Wir werden es testen. Ich werde ihn natürlich probieren, weil mir die normale Karte schon so gut gefallen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Second Inform Bentalab besser ist. Aber wir werden es rausfinden. Goretzka spielt hier mit Backbone. Ich bin wieder weggekommen, von dem einen Shadow zu geben. Es scheint so an der Innenverteidigung schon oft der Fall zu sein, dass Shadow schon sehr wichtig ist. Aber gerade auch als Sechserposition. Man braucht ja auch einen guten Pass und so. Deswegen habe ich ihm jetzt Backbone gegeben. Ich habe ihn nämlich vorher ja mit Gladiator gespielt. Gladiator hat nur Schuss und Defense verbessert. Das heißt, ich habe schon bei der normalen Form das Tempo nicht gebraucht. Und es hat mir gereicht. Also wird mir jetzt bei dem Goretzka das Tempo auch reichen. Deswegen habe ich ihn für Gladiator entschieden. Äh, für Backbone. Was Defense, Physis, Pass stärkt. Schuss hat er jetzt einen ganz guten Distanzschuss. Ich glaube Schusskraft 81, Distanzschuss 82. Und er hatte ja auch mit den alten schlechteren Werten immer einen guten Distanzschuss. Und Gladiator boostet nicht so krass den Schuss. Ähm, ja genau. Er bekommt eine bessere Defense, eine bessere Physis und einen besseren Pass. Und ich glaube, das macht ihn schon sehr komplett auf jeden Fall als Sechser. Deswegen testen wir ihn so. Er hat vier Steine auf den schwachen Linken. Ich bin gerade am überlegen, ob ich ihn mit Vidal tausche. Es ist eigentlich wichtiger, dass Goretzka mit dem starken Fuß schießen kann. Dann müssen wir jetzt natürlich die Anweisung ändern. Und ihm sagen, dass er hinten bleiben soll. Hinten bleiben bei Angriffen. Und... Hä, habe ich das nicht gerade gespeichert? So. Und Vidal darf normal spielen. So. Okay. So. Das ist die Bundesliga. Spiele in der Bundesliga. Äh... Es... Ich kann es nicht so richtig erkennen. Ich glaube, wir spielen mit der Premier League. Und da haben wir auch neue Spieler. Und zwar einmal... Boom! Ne, ist das schon die vierte Inform? Moment mal. Normaler ist 85er gewesen. Wir hatten die erste Inform. Es waren 86er, dann 87er, 88er, 89er, 90er. Ist das schon die fünfte Inform? Also, es ist mindestens die vierte Inform. Es könnte aber auch schon die fünfte Inform sein. Es könnte also auch schon die fünfte Inform sein. Auf jeden Fall bin ich ja dann mit dem 86er, ähm, Kane ganz gut zurecht. Wir können einfach nochmal nachschauen. War das ein 86er, den ich hatte? Oder war das sogar ein 87er? Wir haben ihn auch noch nicht. Das ist dann für Champions. Das ist dann für Champions-Karte gewesen. Den müssen wir ja noch haben. Spielername. Ne, passt. 86er. Genau. Also, das war die erste Inform auf jeden Fall. 87er, und dann geht es nur noch in einer Schritte vorwärts. Dann gab es nicht als nächstes direkt die 88er Inform. Das glaube ich nicht. Oder? Gab es dann direkt eine 88er? Also, entweder geht es dann weiter mit 88er Second Inform. 89er war es, glaube ich, eine Man-of-the-Match-Karte oder sowas. Also, auf jeden Fall eine Orange. Und, also eine Man-of-the-Match-Karte für den Pokal in England. Und, das ist die 89er gewesen. Das muss dann also entweder die dritte oder die vierte Inform gewesen sein. Und dann die 90er ist halt entweder jetzt die vierte oder die fünfte Inform. Ist egal. Beides wäre krass. Und es gibt auch mittlerweile eine 91er, aber das ist eine Player-of-the-Month-Karte von der Premier League. Und die muss man sich viel über eine Squad-Building-Challenge bauen. Deshalb habe ich keinen Bock drauf gehabt. Ja, ich habe mir halt so gedacht, wenn ich irgendwann mal noch einen anderen Stürmer testen will für Second Info-Benteke, dann ist es halt dieser 90er Kane. Weil der halt einfach aussieht wie ein mega krasses Upgrade zu Second Info-Benteke. Er ist ein Tick schlechter, was die Größe angeht. Zwei Zentimeter kleiner. Und er reicht dann auf den schwachen Fuß. Aber 79 Tempo reicht natürlich eigentlich aus. 90 Dribbling. Sehr gut. 94 Schuss. What? 87 Pass. 91 Physis. Also, der sollte eigentlich noch ein größerer Panzer sein als Second Info-Benteke. Den habe ich noch im Verein. Wenn Kane nicht funktioniert, können wir ihn noch verkaufen. Und das Geile ist, der ist so ungefähr um die 300.000 wert gewesen. Und ich habe ihn dann für 250.000 bekommen. Und da dachte ich mir so, mein Gott, er musste ihn auf jeden Fall jetzt kaufen. Das hätte ich ihm noch nicht gekauft. Ich spiele ihn sogar mit Hawk, weil er hat schon so ein geiles Dribbling. Er hat schon einen sehr guten Pass für einen Stürmer. Er hat glaube ich 91 Kurzpass oder sowas. Und bei Physis ist zwar auch sehr gut, aber er hat glaube ich nur... Also er hat auf jeden Fall noch keine 99 Sprungkraft, die Benteke. Und da wollte ich unbedingt die Sprungkraft um 10 boosten, damit ich halt weiterhin so kopfballgefährlich nach Ecken bin etc. Und das kriege ich halt mit Hawk hin. Und da Tempo halt auch relativ schlecht ist bei ihm, habe ich mir gedacht, alles andere ist schon so krass. Du boostest einfach, was du brauchst, nämlich die Sprungkraft um 10. Und da er halt noch nicht so schnell ist, nimmst du das Tempo. Und ja logisch, Hawk boostet auch noch den Schuss, der dann überall auf 99 steht, von daher. Ich habe bisher auch einmal gegen den 90er und sogar einmal gegen den 91er gespielt. Das war glaube ich beides mal in der Weekend League. Und die waren echt eklig am Ball. Also die waren überhaupt nicht zu trennen. Es war richtig, die konnten einfach durchlaufen. Es ging richtig auf den Sack. Von daher. Und mir fällt gerade noch was auf. Oder ein. Wir müssen ja noch eingeben, wer hier was macht. Wir haben jetzt zwei neue Spieler. Reus, Reus, Reus. Langer Freistoß. Oh, ich weiß gar nicht. Elfmeter ist. Oh, wer ist denn jetzt der Beste? Ist da nicht Modester, Bester? Er ist halt noch ungeboostet. Oh. Ich gebe da erstmal. Kapitäts-Ober. Elfmeter. Ich überlege halt, ob ich Modeste oder Reus. Wir können doch mal nachschauen, wer es Modeste hat. Ich gebe aber erstmal Reus. So. Premier League. Also, das war der erste. War Kane logischerweise mit Champions League of the Hawk. Dann habe ich mich dazu bezirzen lassen, den Roberto Firmino Barbosa de Oliveira zu nehmen. Und das aus zweierlei Gründen. Erstens ist er ungefähr so viel wert wie De Bruyne. Der normale De Bruyne, den konnte ich mit leichten Gewinn verkaufen. Den habe ich glaube ich für 175.000 verkauft und den für 182.000 gekauft. Kleiner Schnapper auf jeden Fall. Das heißt, der steigt auf jeden Fall im Preis. Der Firmino, De Bruyne wird sinken, weil De Bruyne keine Info ist und man ihn weiterziehen kann. Und ich würde halt... Mir hat es dann der normale Firmino nicht gefallen, aber das ist halt die Second-Inform. Er hat geile Werte. 83 Tempo, 90 Tripling, 85 Schuss, 87 Pass, 83 Physis. Dann der klassische Champions League Style von Mia Maestro mit Tripling Schuss, Pass. Und es wurde halt von allen gesagt, er würde es so abgehen mit seiner Inform. Und bei Dragster war es ja genauso. Da hat mir der normale auch gar nicht gefallen. Und dann die erste Inform, die Once to Watch als ZOM, die war ziemlich geil. Und das ist die zweite Inform. Und da schauen wir mal, ob der halt einfach mal abgeht, wie es alle sagen. Wie gesagt, ansonsten ist es halt auch einfach eine sehr gute Wertanlage. Damit kann ich halt De Bruyne, der halt im Wert fallen wird, kann ich das sehr gut ersetzen. Das ist halt schon mal schön. Und wenn ich den später verkaufe, der wird halt irgendwann mal 300.000 wert sein. Da bin ich mir relativ sicher. So, deswegen nehmen wir jetzt Firmino. Dann... War es das eigentlich? Dann haben wir nämlich nur noch den Schmeichel. Aber das habe ich ja glaube ich schon... Hatte ich das nicht schon gesagt gehabt? Dass ich den kaufen wollte? Ich glaube das hatte ich schon gesagt. Da habe ich ja nur gewartet, bis der Preiswerte halt in den PEX ist. Und... Ja, 89 Hechten, 90 Reflexen, 8... Reflexen, Reflexe, 88 Ballsicherheit, 74 Tempo, 81 Abschlag und 87 Position. Ich war ja auch schon mit dem Schmeichel vorher zufrieden. Der ist halt jetzt noch besser. Für 59.500 kann ich absolut mit leben. Ah ja, und Modest hat mich gerade mal 48.000 gekostet für einen Second Info um 86er. Läuft, läuft und wir spielen... Wie es aussieht, bis wir mit der Premier League spielen. Allerdings braucht da kein Fitness. Ich glaube Firmino können wir jetzt einfach mal drauf scheißen, dass er nur 91 hat. Reicht aus. Da wahrscheinlich jetzt die letzte Fitnesskarte nicht mehr. Ähm... Spielerrollen müssen wir hier nicht machen... Ach doch, Spielerrollen müssen wir machen. Das Ding ist halt, jetzt ist halt De Bruyne weg. Was sehr eklig ist, weil De Bruyne hat so konstant gute Ecken geschlagen. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn ich ehrlich bin. Aber naja, okay. Damit muss ich jetzt leider leben. Elfmeter ist Cain, Kapitän ist aber wieder Schmeichel. Na, ich hoffe halt echt, dass wir jetzt... Also das Ding ist, ne... Man muss jetzt eigentlich... Das Ding ist halt eigentlich, ich dürfte... Der Grund, warum ich eigentlich Cain nicht testen wollte, war, weil ich wissen wollte, wie sich Benteke macht ohne De Bruyne im Rücken. Das ist halt auch nochmal so ein Ding. Weil gerade, er hat ja viele Kopfballtore, er hat echt verdammt viele Kopfballtore gemacht. Ich würde sogar sagen, er hat mehr Tore am Ende mit dem Kopf gehabt, als mit dem Fuß. Und das ist halt schon... Hallo, hallo, sehr krass. Das ist aber jetzt nicht geil, die Latenz. Jetzt sagt bitte nicht, dass es an mir liegt. Wenn es an mir liegt, dann werde ich die Folge jetzt beenden. Ich schneide hier nicht zusammen. Aber eigentlich... Sie hat doch eigentlich alles ganz gut, oder? Liegt es echt an mir? Aber das ist halt sehr auffällig. In der Liga liegt es eigentlich dann meistens an einem selbst, wenn rote Latenz ist. Wobei, wenn man so lange niemanden findet, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass man halt irgendjemand von sonst wo zugelost bekommt. Und deswegen die Latenz rot ist. Heute ist logischerweise auch Donnerstag. Das heißt, dass wir bald wieder Weekend League spielen. Das ist kein gutes Zeichen mit der roten Latenz. Wer ist das? Wie sieht der aus? Sie wissen, wie der aussieht, damit ich weiß, ob das der gleiche ist. Goal or Report 2017. Also dürfte das eigentlich ein Abbrecher sein. Das ist ja lustig. Ein Abbrecher, der tut das ja keiner mehr. Aber hier läuft doch eigentlich recht schnell. Also ich würde behaupten, das liegt nicht an mir. Weil eigentlich, wenn man sonst am Downloaden oder sowas ist, dann ist es eigentlich so, dass dann im Menü alles langsamer ist. Es ging recht schnell. Und das ist auch ein grüner. Ich hab's doch gewusst. Oh, da war es kurz gelb. Ich hoffe mal, dass das nichts zu sagen hat. Oh, Junge, nehm bitte deinen Schwarz. Also. Oh fuck, ich hab' nicht auf den Namen geachtet. Aaaaah, vielleicht ist es ein Abbrecher. Nein. Aber jemand. Ach du Gott. Ja, mit einem überkrassen Team. Er hat nur Wadi im Sturm. Vielleicht für seine Links. Vielleicht wechselt er den noch aus. Aber. Huzzah. Also er hat einfach so viele Squad-Building-Challenges gemacht. Das ist auch interessant. Er hat nur einen einzigen Info mit einem Men of the Match drin. Und ansonsten halt nur Squad-Building-Challenge. Krass. So jetzt konzentrieren. Ich bin echt gespannt. Ach, ich hab' ja mal auf die Beine geguckt. Aber. Kane ist rechtsfuß, schwacher Fuß, drei Sterne. Und für Minion müsste er auch rechtsfuß sein, schwacher Fuß, vier Sterne. Okay. So, konzentrieren. Ich will gut spielen, auch wenn es nur die Liga ist. Konzentriert spielen. Ich möchte gewinnen. Der Pass sollte logischerweise eine Station eher ankommen. Oh, locker. Oh, fuck. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da noch zuerst an den Ball rankomme. Eigentlich gut gemacht von Coleman, aber dann wieder verkackt. Könnten wir vielleicht mal den Ball bekommen, wenn ich an den Ball rankomme? Oder ist das nicht möglich? Also muss der Gegner den immer haben. Es laggt auf jeden Fall leicht. Schöner Kopfball von Emre Can. Oh, die nächste Ecke. Oh, was? Der ist einfach weggelaufen. Der ist einfach vom Ball weggelaufen. Ich weiß nicht, wieso. Oh, Gott. Ich weiß nicht, wieso. Schade. Wäre echt mal cool, selber irgendwie Ballbesitz zu haben und hier mal einen Eintritt zu starten, wenn ich ehrlich bin. Okay, das sieht doch mal ganz gut aus. Das ist nicht so sehr. Okay, das sieht doch mal ganz gut aus. Das ist nicht so sehr. Oh, fuck. Das hat er leider gut verteidigt. Das habe ich gut verteidigt. Ein bisschen ruhiger aufballen hier. Das kann doch nicht sein. Kane läuft vom Ball weg. Statt ihm entgegen zu gehen. Wir hätten ihn halt locker gehabt, den Pass. Aber er hat halt einfach null Bock. Da habe ich eigentlich gedacht, dass den... Scheiße, ich wollte natürlich nicht lupfen. Da habe ich eigentlich gedacht, dass den Kane locker... Abschirmt den Ball, aber er hat irgendwie keinen Bock gehabt. Ja, diese Kack-Lags die ganze Zeit, die nerven auf jeden Fall. Aber ich versuche sie irgendwie... Das antizipieren. Da sollte der Ball nicht hingehen. Das war ein riskanter Pass, aber wie gesagt, er sollte auch da nicht hin. Er hat den falschen Spieler angespielt. Sind wir wieder einer dieser aggro Typen, die immer auf dem Ballraum, die man sieht. Die man eigentlich ausnutzen kann. Wenn man das richtige Timing hat, aber das habe ich gerade nicht. Das habe ich gemeint. Das habe ich gerade nicht. Was? Interessant. Auch interessant, der Schmeichel da nicht hingeht. Gefällt mir gerade nicht. Ich mache den Gegner stärker, als er eigentlich ist. Ganz, ganz klar. Ich weiß auch nicht, wie ich da zuletzt dran sein kann. Aber ich mache den Gegner gerade, wie gesagt, stärker, als er ist. Das ist scheiße. Gut gemacht von Arnautovic. Ich spiele auch den Pass direkt. Aber ich glaube halt, es liegt wirklich auch an den Legs hier. Schade, aber erste gute Kopfball-Situation für Kane. So, jetzt kann er aber direkt beweisen, dass er genau so ein Kopfball-Biest ist. Oh, das ist doch nicht wahr. Das kann doch nicht sein, ey. Er hat auch 99 Kopfball-Genauigkeit. Er hat halt nur nicht so eine krasse Sprungkraft wie Benteke und ist ein Tick kleiner. Aber er beweist, er ist genauso Kopfball. Oh nein. Ist das geil. Wenn er jetzt noch mit den anderen Sachen besser ist, also Dribbling, Pass und Körperstärke und mit dem Fuß besser schießt, als das Benteke macht, dann wird es krank. Aber wie gesagt, er ist halt nun auch 90er Stürmer mit der vierten oder fünften Info. Ich habe halt echt die Übersicht verloren. Wie scheiße, die Idee aber auch von mir war da zu passen. Ich hätte einfach durchziehen sollen mit Arnautovic. Ich glaube, der Gegner hat gerade das gleiche Problem gehabt wie ich, dass der Spieler einfach vom Ball weggegangen ist. Haben wir Glück, getunnelt. Sollte nicht auf den Spieler gehen. Wenn wir jetzt ihn durchfressen, ist es nicht meine Schuld, weil da soll er einfach nicht hingehen. Ich muss, glaube ich, ruhiger spielen. Der schnelle Spielaufbau passt einfach nicht zu diesem scheiß Lagging-Spiel. Ist halt blöd. Richtig testen kann ich mein Neon für Minion nicht, weil ich kann kein normales Spielaufziehen, wenn die ganze Zeit diese hässlichen Legs da sind. Schön gemacht von Arnautovic. Ich werde ihn jetzt ein bisschen laufen lassen. Ich meine, wir fehlen ja nur auch. Ich habe leider den Moment verpasst, um Arnautovic anzuspielen. Das macht er wieder gut. Das macht Firminio gut. Und... ... 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 Das war natürlich sehr, sehr schwer, da entsprechend richtig zu timen und zu zielen. Es wird auch immer schlimmer mit den Lecks. Fuck, Mann. Aber es liegt nicht an mir. Wenn ich einen Download drin hätte, würde das viel, viel krasser lecken. Das sollte klar sein. Ich glaube, langsam wird er ungesundlich und angepisst. Aber ich kann nichts dafür, weil mir leckt es genauso. Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich nicht an mir liege. Oh, fuck. So schöne Schusstäuschung. Wirklich wunderbar. Die wurde dann leider so dermaßen... Von dem schwachen Pass. Kaputt gemacht. Was? Ich dachte, den nimmt er jetzt locker mit. Da hat mich wohl geirrt. Abseits. Was sind denn die Lecks? Wo kommen denn die her? Mein Wer hat halt echt immer mehr. Nervt. Das ist schade, dass das nicht bestraft wird. Dieser schlechte Stellungsfehler von ihm. Oder dieses schlechte Stellungsspiel von ihm. Habe ich, die brennen da mal ein paar gelbe Karten hier. Rot, bitte. Ich muss jetzt auf Hazard flanken. Fällt mir gerade zu allen. Und Aspili hat natürlich auch direkt gute Ecken geschlagen. Also da hat er gezeigt, er kann auch Vorlagen geben. Das ist schon mal gut. Noch mal eine gelbe Karte. Ah ne, diesmal noch nicht. Ich meine, ich schieße da eh nicht direkt aus. Die Mauer ist so egal. Schade. Ich habe aber auch unten rechts das Aufladesimboel gar nicht gesehen gehabt. Also das war einfach nicht mehr da. Beim zweiten Versuch. Was auch lustig war. Schade. Das spielte auch nicht mehr gut. Schade. Das war eine Gasse, aber ich hätte auf jeden Fall eher passen müssen. Da war die Gasse noch besser. Oh, fuck. Ein kleiner Pass zum Arnie und er macht ihn dann. Diesmal habe ich auch wieder normal geschossen. Und ich habe versucht irgendwie flasches, weil ich dachte, er hat jetzt noch keine gute Ballkontrolle. Steht nicht so perfekt zum Tor. Man muss es einfach mal reinzumachen und er macht ihn dann auch. Ist denke ich auch verdient. Aber wie gesagt, es ist eh ein Kackspieler. Ist das gut? Ist das gut? Ist das gut? Aber wieder ein Kopfball, der zu einer Ecke führt. Nice. Sehr geil. Diesmal kommt Payet leider nicht gut hin. Payet, bin ich dumm. Da habe ich den gedrigen Namen gelesen und Payet gesagt. Kaymei natürlich. Aber gewonnen. Kaymei macht das erste Ding. Aspili wird hier Player of the Match. Nice. Hat er auch die Vorlage gegeben. Er hat sogar beide Vorlagen gegeben. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Aber gut, Kaymei macht im ersten Spiel ein Tor. Ja, über Firmino kann ich gar nichts sagen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich konnte nicht mit ihm anständig spielen. Das war einfach nicht möglich. Leider. So, ich wollte eigentlich jetzt noch eine Aufnahme machen. Oh, Firmino hat sich auch direkt verletzt. Das ist ja grandios. Was hat er denn? Ah, nur eine Partie. Das geht ja. Also ich will ihn ja jetzt eh nicht spielen. Ich würde dann jetzt erstmal Bundesliga spielen. Wir werden dann logischerweise zum Großteil die Spiele erst in der Weekend League wirklich testen können. Kaymei hat den ersten guten Eindruck hinterlassen. Das kann man schon mal sagen. Aber natürlich nicht aussagekräftig. Am Ende geht es halt um die Werte. Ich gucke dann nochmal nach, wie Ben Theke halt gelaufen ist. Und dann schauen wir nach. Also ich muss dann jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, was ich Modest gebe. Und dann werde ich mal gucken, ob hier irgendein Download läuft. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es an mir liegt. Und dann werde ich vielleicht noch eine Aufnahme machen. Mal schauen. Ansonsten, wenn wir jetzt in der nächsten Aufnahme nicht nochmal testen, dann werden wir uns wahrscheinlich erst zur Weekend League wiedersehen. Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.